willkommen zurück zu township weiter geht's und auch gehabt da ja wie ihr seht ich bin 46 ein halb wenn wir ein bisschen gemacht ich habe ein haus konnte ich wieder warum glaub ich nur eins aus dem fertig meine ich ja ist auch schon fertig warum viele das hier glaube ich habe ich alle häuser am kurzen gucken wir haben es seit ach nie ist noch noch ein ja klar war es aber jetzt haben wir alle bis jetzt ja das wieder bei 50 und neues haus ja alle häuser bis jetzt gebaut und zwar glaube ich nicht da gehen wir nicht mehr stahl er hat zwei reichen eigentlich das dauert noch ja ist meine ruhe bauen wir sind weg ich gerade eben fertig gemacht weggeschickt noch kurz hier haben kümmern ja danke warum nicht immer wegen die mette ich hätte mich hier keine limit mehr gehabt nicht immer den kuchen machen auch mal 30 möglichst getraumt kann man ja verkaufen ich habe keinen kümmern wenn man platzmangel haben sollten schon mit dem friedlichen ja auch noch 60 stücke wenn ich drauf geachtet 27 24 trauben lassen lassen erst mal lang ich hab jetzt hab ja sie das natürlich nicht nur 23 elementen vier wassermelonen nicht gerade viel aber egal so übernimmt natürlich noch nicht den partner in der welt blödsinn hier noch ein bisschen die züge kommen erst in vier stunden lange blick sich warten ja wer blödsinn machen wir hier ein bisschen vortrag ich fühle mich zu wissen er zu sammeln die platz so können wir hier machen da kommen wir haben wir genug bei der gruppe unter einem offenen zügen ob man das ja auch ich weiß schon dass man das kohle geht ja nicht welche einige vertragen die ganzen blicken aufzurüsten nein das wollen wir nicht öffnen danke ich muss aber da rein wenn nichts mehr zertrennen ist ich mache schon was ok auf dem spiel ist nichts gewesen egal gold nehme ich immer gerne ein großes nicht sagen das so das machen wir noch ein triefe wieder gut dann noch was ist ist noch was ist immer will ich alles kontrolliert ist es über sich mit sowas und jetzt auch auf dem museum um es gewesen sein und das ja wir können diese großen die ersten schnurlosen telefon wir hätten damals noch ein kleines schloss abschließend ist man nicht mehr und konnte ja mann 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 habe ich noch nicht nur noch knackig ist egal alles mit immer noch ein bisschen ich bin noch ein paar ärzte da ist nichts da ist aber wieder was es ist immer noch nichts egal aber schon mal nicht schlecht nicht schlecht platzien mal nix nein gold aber haben wir auch ein gut machen immerhin ja was man denn ausbauen ich mich jetzt mal die züge wird fertig machen aber soll ich nicht sind nicht so ganz ideal glaube ich übrigens mittel an uns so oft kunst du kannst du hast du rum oder gar nicht gemacht ich bin ich bin ich bin ich okay die inseln nach las maja inseln muss eigentlich gar nicht machen und nicht wirklich was nachdem hat sie gar ein schluss brauchen war machen muss ich mir xp und prozent mehr xp habe ich nicht verkehrt gold kann man so machen nebenbei so ein bisschen aber xp geht es nun langsam sehr langsam oder die sehr langsam und die müssen schneller sein naja ok leute was ich heute sehen wir uns die nächsten folge von township ist ein schönes